Siehst du, ein Schiff. Nach der nächsten Schlaufe haben Sie noch einmal einen herrlichen Tiefblick zurück ins Buschlaf mit dem Lago di Poschiavo. Und ganz im Hintergrund zeichnen sich bei schönem Wetter über den Veltlin die Bergamasca-Alben ab. Nach der nächsten Schlaufe haben Sie wieder eine schöne Schlaufe zurück ins Buschlaf mit dem Lago di Poschiavo. Und weiter weg, wenn das Wetter gut ist, können Sie die Bergamasca-Alben über den Veltlin herausfinden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Hey, super!